Doch jetzt... Drei... Jetzt! Da! Hartz! Der Tag ist ein ganz verreckter Kalt So und damit ganz herzlich willkommen In so einer weiteren Folge MW2 So Ich mit dem Sotav Oh, alles klar Oh, kann ja mal ruhig sein Verreckt man sich die ganze Zeit Warte, ich sotav, ich warte Ich warte, bis du drin bist Okay Ach so, okay Junge Sende die Mission! Du bist als einziger übrig Autozuweisung, gell? Ja That was to be friendly now Oh shit Wir haben die Runde verloren, aber es ist noch nicht vorbei Oh man, jetzt wollte ich ein 12-0 machen Ja, hat super funktioniert schon Hey, also ein 12-0 nicht, also nicht für euch, gell? Komm, lass es 12-0 machen, lass es 12-0 machen, Alter Ja komm, wir schaffen jetzt halt Ja Ich würde hier so lachen, wenn wir es wirklich schaffen, ne? Ja, das ist aber unrealistisch Verdammt unrealistisch, vorhin gegen Juli Ja, das wäre jetzt nicht mein Problem Ja Ah, bitte, 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 bitte Jawohl, sehr gut, sotav Ich schieße jetzt mal in den Boden Vielleicht fallen Ich kriege mir die Kugeln zurückschlupfen Yeah Oh Gott Warum Alter Ähm Die Bombe wurde er platziert Nein Hä? Irgendwie nach oben geportet, auch recht Nein Ich war nicht geflasht Ja, nur als Schieserung mit dem Eck Normalerweise In Arsch, Alter Einfach mal eiskalt rein So, schon mal 1-1, alles klar Ja, guck, wir schaffen 12-1 Sag ich doch, wir schaffen 12-1 Ja Durch die ganze Zeit Ist nett Ah, Alter, der mit seiner Fuck-RPD Der war hinten bei sich am Spawn Händen wir rechts rechts Alter Alter D-d-d-d-d-d-d Double-kir, motherfucker Äh Ich glaub, ich muss fast nichts mehr machen jetzt, halt Ich hab'n dachte, der Arm ist kaputt Ja, der tut auch noch ein bisschen weh, okay Geht auch als kaputt Muss mich wieder einspielen, ich habe lange nicht mehr gespielt Ich habe eine Woche auch schon nicht mehr gespielt. Aber den Counter-Strike habe ich noch ein bisschen. Wie ich die Map hier hasse. Echt? Maxi eigentlich. Oh Mann ey! Der war, äh, was ist denn das? Oh Mann ey! Da hinten an dem Lang zwischen A und B. Ja? Ja hier war, ja hier war ich! Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo? Der war, äh, war, ja, da wurde im Gang dabei B. Okay, pass auf, ich würde aufpassen. Pass auf, die müssen platzieren, gell? Sei nicht so akustisch. Wo ist denn der? Weiß ich nicht, die müssen platzieren, also... Kannst du dich irgendwo hinkampen? Scheiß Camper, Alter. Camper nie. Ja. Was, du wirst jetzt mit dem Spiel rausgetanpt, warte ich jetzt. Du wirst wahrscheinlich bei A platzieren oben, denke ich mal. Ja, ja, ja. Ja, das ist gut. Da steht der 100 Koh irgendwo. Ja, natürlich. In der Tat. 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 Hey, das sind schon 50 Euro, ja? Ja. Ja, ich steigerellig bist. Mojola, wir wissen doch alle, dass du jetzt gleich bei A plennt ist. Ja, plennt doch bei A. Ja, alter wäre auch das zu tun. Der hat bei B geblendet so drauf, gell? Achso. Junge! Das war... Unnötig, Scheiße. Alter! Oh! Ich hasse das einfach. Ich habe den aber auch nicht gesehen. Bei der Map sehe ich nichts mit den Einstellungen, die ich hier habe. Hä? Ich habe dich wo ganz anders gesehen. Hä? Ich habe den bei den Mülleimer gesehen. Ich weiß nicht. Genau deswegen. Die Map hier. Ist ein sneaky Motherfucker. Wow. Alter. Brauch echt mal ein paar neue Waffen. Ja, kauf dir mal welche. Der Kick. Also es gibt. Alter, ohne Spaß jetzt. Was ist das für ein Kack hier? Alter, ich habe es ja in der Woche nicht mehr gesp... Alter, nice, nice. Ich muss mich noch einspielen, Julian. Na, ist alles cool. Äh! Ähh. Ach komm, Munitionsaufstockung, alter. Der ist, der kommt von, kommt von, von da, genau. Ja, was? Ja, wenn ihr beide bei euch hinten kehrt. Ich hab's gewechselt. Fuck. Was? Hast du auf meine Leiche geschickt? Ich hab gedacht, das ist du, obwohl du tot warst. Nee. Ja, genau, sie ist erstmal auf den Weg. Hast du auch schon auf deinen Teammate geschossen? Ja, ich dachte, warte, fuck, ja, warum liegt der jetzt auf einmal da? Die Jugend von heute. Ja. Lol. Da sitzt keiner? Oh, cool. Alter. Not at all now, bitch. RPD, meine Frau. Was? Lol. Sehr schön. Du hast geleckt, Alter, aber wie die Sau. Hä? What the fuck? Da. Alter, hast du bei... Petty, ohne Spaß, du hast mir mega geleckt. Ich hab dir voll einen rein gedrückt. Ja, cool. Wir haben ihn verloren, aber er ist noch nicht vorbei. Ey, komm, so darf man, wir machen uns jetzt hier nicht fertig. Das heißt ja kackig. Das ist ja kackig. Das heißt ja kackig. Das ist ja kackig. Das ist ja kackig. Ich habe keinen Sinn. wir sitzen da niemand unnatürlich äußerst interessant oh ja ja schlack mal ja ok alter äh bei A, ne bei B oder, ne doch das B, ja bis bei A planten plantet auch bei A hä, wir müssen nicht planten ja, der plantet bis bei A ja ja, ja der tut, ach der ist oben, der ist, äh, ist auf der, hier wie nennt man das, Empore, hinten ach da da wo man so Treppenaufgang, Treppenaufgang hier so Mittelpunkt nutzen der wird halt im Mittelpunkt stehen ach, war der schlecht äh der plantet mit prozentig alter lagst du mann mhm, jetzt man hat nur jetzt verstanden von dem was du gesagt hast oh nein was, was, was oh oh der ist links rein Julian, das bringt nichts da zu schießen meins oh Gott ich weiß nicht, der liegt der übelst auf dem Boden wir müssen nur noch einmal rausgucken äh ich würd weggehen äh ja Julian, ne, Zeit ach Susch den brauchen wir nicht ja ich hab keine Sorge ich hab keine Sorge Alter, wo du das gesagt hast, erst mal aufstehen, weißt klar war die Bombe direkt bei B, oder? in der Pfad in der Pfad das Ziel zerstören wir haben die Bombe hier kommt keiner mehr zum Gabelstab da Gabel Gabel Alter brauch doch meine Spielkameraden das wisst ihr doch, mir ist das langweilig jetzt geht's wir alle zählen auf dich hä, was, wo, was? da hab ich grad meine Maus sehen müssen so richtig verkrüppelt, äh äh ach, der liegt da am Boden mhm, der liegt im Gang äh, bei dem Loch im Boden jawohl, im Loch, Alter da? auf der Seite? im Gang, im Tunnel lag der jedenfalls mich verkackt hier das Spiel irgendwie richtig grad hm? was? was ist los? hallo verkackt das Spiel hier richtig guck, da siehst du mal ne Leiche die herrschen wollen die ist explodiert Alter, der geht gar nicht klar wie du lagst wer, ich? ja, ich da Lirex so hä? Spannung, Spannung baut sich auf wird er hier noch rechtzeitig finden um die Welt vom Untergang bewahren zu können nein, nein, werde ich nicht, weil ich ihn nicht finde es einfach, der sieht es eh wie so nicht bitte, der ist wenn er hier irgendwo schmückt lol, lol so 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 so